Hey Leute, hier ist Max und heute spiele ich hier mal wieder Clash Royale und als erstes öffnen wir auch mal die Truhe. Okay, nichts sonderlich Gutes. Okay, gerade das Trunkhörer auch gleich öffnen, ich gehe jetzt einfach mal in den Kampf rein. Ich bin im Arena 5. So, ich gucke, ich habe länger nicht gespielt. Deswegen muss jetzt erstmal, glaube ich, so ein bisschen wieder reinkommen. Ich muss mal gucken, wie ich das am besten jetzt so hinbekommen werde. Ähm, okay, so. So, er greift dort auch mit dem Prinz an. Er ist ja gerade vor lustig angehört. Okay, ähm, so, sein Tower wäre weg. Ja, perfekt. Ähm, so, uh, läuft. Ah, okay, ist ein Down, leider. Egal. Kriege ich bestimmt auch noch trotzdem irgendwie hin. Ich will halt jetzt nicht verkacken, so mittendrin auf einmal. Jetzt, wo ich sein Tower schon weg habe, will ich ja nicht nochmal verkacken. Ich meine, deswegen, oh. Ich habe keinen, ach so, doch, Bomber kann ich nicht nehmen. Ich wollte halt die Valküre nehmen, aber die habe ich ja nicht, leider. Also, gerade nicht zur Verfügung, jedenfalls. So, ähm. Wie machen wir das? Okay, er hat da was gesetzt. Das heißt, ich spare ganz kurz nochmal auf 8 Elixier. Da habe ich vor, glaube ich, einfach mal den Prinzen. Ja, komm, machen wir das so. So, ballern wir das da durch. Jetzt hat er, glaube ich, wieder Elixier gesammelt. Das hätte ich bedenken müssen, aber okay. Vielleicht, oh doch, ah, das ist gut. Der, vielleicht wird das sogar, nein, er schafft das nicht. Aber er macht nochmal ein bisschen Damage, das ist schon mal gut. Das ist ein guter Vorteil. So, jetzt ist die Sache so. Ich mache einfach mal hier Valküre. Und die Ballwaren kann ich gar nicht setzen, hä? Äh. Wer schafft das dann? Äh, perfekt. Äh, Hilfe, Bomber. Komm, einfach nur zwei Schläge. Oder einer reicht sogar? Ne, zwei. Eins, ob das... Nein. Was ist das denn? Bitte, 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 bitte. Komm, komm, komm. Ja, komm, komm. Super, perfekt. Habe ich 3 zu 0 gewonnen sogar. Nice. Oder gehe ich da mal einfach schlecht, aber das... Naja, egal. So, perfekt. Wieder mal ein Kampf, endlich mal wieder gewonnen. Ich eröffne mal kurz den Patronen. Nichts Interessantes drin. Ne, schade. So viele brauche ich nochmal für das nächste. Äh, ich brauche, äh, 1700. Ja, ich bin ja noch weit entfernt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt in den nächsten Kampf rein. Und vielleicht habe ich das da sogar zu gewinnen. Fukai, alles klar, das Name. Hm. Wo sitzt der gleich was? Okay, jetzt ist da was. Oh, nein, nein, nein. So dumm von... Ne, das hätte ich... Ne. Hätte ich bedenken müssen. Aber, ne, so schlau bin ich nicht. So, erstmal speichert zum kurzen bisschen Exil. Das war ein bisschen blöd, grad. Der misslungene Angriff, sag ich... Sag ich's mal so. Ey. Der hat's gebracht, ohne Witz. Oh man, okay. Ja, was hat ihm was gebracht? Nichts. Wieso setzt er nichts? Mach ich das mal ganz... Mach ich das mal so. Dass ich die Walküre einfach noch mal reinhau. Einfach... Komm, komm, ja, perfekt. So, ist... Nein. Hab ich die Walküre? Ja, okay, die lebt noch. Hä, ist der blöd? Okay, es hätte auch nicht sein können, dass mit dem... Das Skelett am Meer war. Vielleicht kriegst du einen Tower her sogar. Ja. Herr, nice. Aber leider hab ich jetzt keine 5 Alexia. Mist. Obwohl... Ja, komm. Vielleicht bekomme ich den jetzt sogar noch, dass der Prinz da genug Damage... Ja. Herr, nice. Hätte ich den Prinz da gesetzen müssen. Aber, Herr, läuft voll. Lange nicht mehr so gut gespielt. Ne, okay. Ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach direkt in den nächsten Kampf rein. Ich meine, wir haben vielleicht sogar... Achso. Jo, wie sieht das aus hier? Okay. 2 brauche ich. Damit habe ich dann die Kronentruhe. Spenden wir mal ganz kurz hier was. Ja, komm. Äh, ist ja was interessant ist. Episch Ballon. Ich hab 4000 Münzen. Okay, ich create auch gefühlt nie was ab. Okay, erstmal gehen wir in den Kampf. Die Musik ist da. Elbertoni. Ah, der setzt direkt was? Alles klar, okay. Wie die sich anhören. So, ähm... Ich hoffe mal, die sind nicht alle schnell... Allzu schnell tot. Super. Sieht noch ganz gut aus bis jetzt. Ich würde es gerne eigentlich in den Prinzen hier setzen. Ähm... War das schlau oder war das dumm? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Okay, das war vielleicht dumm. Äh... Obwohl... Ja komm, den Tau kriegst du noch, oder? Äh... Valkyrie. Und komm, einmal Valkyrie. Hallo? Hä? Bitte? Was war das gerade? Hä? Alles klar. Das habe ich jetzt gerade mal so null verstanden. Okay. Hat, glaube ich, gerade nicht so viel Logik gehabt, aber naja. Äh, machen wir mal so. Ach nein, da wollte ich die gar nicht hinsetzen. Ach, schade auch. Hm. Brauche irgendwas für die Luft, um zu verteidigen. Ich habe gerade nichts da. Komm, aber der Ritter kann ich ersetzen trotzdem. So, der kann ja da ein bisschen verteidigen. Ich hoffe mal, Tau ist eigentlich vielleicht nicht weg. Danke. Okay, ähm... Bräuchte am besten einfach nur acht Elixier jetzt gerade mal. Wegen Prinz und dann vielleicht das Koboldfass. Na ja, komm, machen wir mal so. Ich weiß nicht, ob... Boah! Hätte ich... Ja, hat er jetzt... Nee. Das muss ich noch irgendwie ein bisschen üben. So, das kriege ich dann... Habe ich nicht so ganz in meinem Kopf drin bisher, dass man das so... Äh, machen kann. Ähm. Ich glaube, Magier war... Naja. Kriege ich die... Ich will eigentlich jetzt nur noch diesen einen Tower bekommen. Und den da oben einfach. Komm, stirb nicht. Aber nicht sterben. Nein! 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 Verdammt! Oh, äh... Hupsala. Hm. So, jetzt mach ich das mal so, dass ich hier versuche, irgendwie was aufzubauen. Aber na ja, vielleicht... Naja. Nicht so gut. Lebt die Valkyrie... Nein, die Valkyrie lebt nicht mehr. Er hat doch eh gleich wieder seine Skelett-Armee da. Und dann haut er da rein und dann... Ja, guck, sag ich doch. Mann. Ähm. One. Es gibt ja Kronkau... Oh Gott, das darf ich jetzt nicht verkacken, das Kronkau, ehrlich gesagt. Komm, Prinz, setz dich und lauf durch, oder so. Komm, ich will einfach nur den... Als ob der... Äh. Gibt es ja neue Hintergrundmusik? Lol. Hm. Ja, ich hab verloren. Oh, Mann. Ach, naja, egal. Ähm. So, minus 23, so viel. So, das war's vom Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst euch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und hier unten seht ihr ein rundes Logo, mein Logo. Und da könnt ihr raufklicken und da kommt ihr zu meinem Kanal. Und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Folgen von mir verpasst. Hier links und rechts seht ihr zwei weitere Videos von mir. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, klickt einfach mal drauf. Und dann viel Spaß dabei. Und dann, ja, würde ich sagen, bis dahin. Ciao. Ciao. Vielen Dank.